Ok, hier machen wir ein Kilogramm auf und die Fläche und dann packen wir jetzt in die Runde Tüte was hier kommt, ist vorher gewachsen Trieblamm noch ein bisschen vor den Flammscher zu das ist übrigens nichts gemacht Ok, dann kann es losgehen und dann kann es die Flammscher zu holen die Flammscher zu holen den Flammscher zu holen das ist wirklich ein bisschen der Flammscher zu holen und dann den Flammscher zu holen und dann können wir dann wieder und dann können wir diese Flammscher Sieh, Sieh. Okay, nice.